Singapur Die Zukunft beginnt immer etwas früher hier, glaubt sie. Leistung, Tempo, die Zeit fliegt. Doch an einem Ort in Singapur schlägt die Zeit um in eine andere Qualität. Es ist Zeit, die man sieht und hört. Und Zeit, die andere Spuren hinterlässt als den Stress, Spinnwege etwa. Aus welcher Kirche mag diese alte Turnuhr stammen? Und auch in ihr ist doch Leben, das heißt Zeit. 500 Uhren, Wanduhren, Standuhren, viele aus Europa sind hier versammelt. Indes ist es kein Museum, sondern die Werkstatt der Familie Lim. Der Mann mit der Lupe ist Uhrwacher. Schon als Kind guckte David Lim dem Vater über die Schulter. Bald fingerte er selbst zielsicher, zwischen Zahnrädern, Federn, Lagern, komplizierte Uhrwerke. Was fasziniert ihn an alten Uhren? Die Art, wie sie konstruiert sind, der Mechanismus, doch auch die Materialien, da reicht doch nichts heran, was heute auf dem Markt ist. Die älteste Uhr, nur leicht reparaturbedürftig, ein edles Teil aus Österreich, Baujahr 1780. Wände voller Uhren aus der Kolonialzeit, britische, holländische, französische. Doch auch auf fernöstliche ästhetische Bedürfnisse wurde Rücksicht genommen, statt Schwarzwälder Kuckuck, der chinesische Schriftgelehrte. Chef ist immer noch Herr Lim Senior. Vor über 50 Jahren gründete er das Geschäft. Reparaturen, An- und Verkauf alter Uhren. Kunden kamen bald aus ganz Südostasien. Lim Senior und Lim Junior, Uhrenbesessene. Besessene, David, was lieben Sie mir, Ihre alten Uhren oder Ihre junge Frau? Meine alten Uhren, ist das nicht gefährlich? Natürlich ist es gefährlich, aber nicht immer gewinnen die Uhren. Drei Kinder hat Herr Lim Junior. Das Familienleben spielt sich hinter der Werkstatt ab. Davids Frau Sally schaukelt geduldig den Jüngsten. Befremdliches am Handgelenk des ältesten Sohnes. Eine digitale Quarzuhr, absoluter Fremdkörper hier. Herr Lim Senior weiß nicht, ob der Enkel das Geschäft einmal fortführen wird. Wenn er sich für alte Uhren interessiert, dann gern, aber zwingen kann man ihn schließlich nicht. Uhren, die den Geschmack ihrer Zeit, ihre Uhrmacher, ihre Besitzer spiegeln und wohl auch etwas verraten über deren Verständnis von Zeit. Die Zeit als schwere Bürde zusätzlich zum Globus auf den Schultern von Atlas. Anderswo Anregung zu fröhlicherem Zeitvertreiben. Die Palette der Formen, Farben, Motive, Materialien. Unerschöpflich. Die Klänge, die Kitsch und Kunst begleiten, stehen an Vielfalt nicht nach. Und im besten Falle verraten die Uhren auch noch, wie spät es ist, oder? Wenn Sie die genaue Zeit wissen wollen, was dann? Wenn mein Magen knurrt, dann weiß ich genau, wie spät es ist. Und dann ist plötzlich auch Frau Sally wieder wichtig. Doch nach dem Imbiss zurück zu den Uhren, so viele noch bedürfen dringend der Zuwendung des Meisters. Und dann ist es, dass Sie die Begründung des Meisters, die Begründung des Meisters, die Begründung des Meisters, die Begründung des Meisters. Und dann ist es, was Sie mehr möchtet, Ihre alten Klox oder Ihre junge Frau? Meine Klox, meine alten Klox. Das ist gefährlich, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie es soll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. . Ich weiß nicht. Das war's für heute. Wir haben noch eine Lübe. Aber wir haben noch eine Lübe. Wenn man mitnehmen kann, ist das so schön, dass man ein bisschen besser machen kann. Ich habe es ein Lübe. Wenn du gehalten will, wird es nicht mehr so schön. Ich habe es noch ein Lübe. Ich habe es noch etwas. Das Lübe! Wir haben es noch einen Lübe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020